Hallo und Willkommen zu einer kurzen Übersicht zu sieben interessanten Spielen, die nächste Woche veröffentlicht werden. Auf meinem persönlichen Platz 7 ist das Spiel Crime Scene Cleaner gelandet. Ein Spiel, bei dem wir als Tatortreiniger im Auftrag der Mafia agieren. Wir bekommen interessante und verstörende Tatorte zu Gesicht und unser Job ist es wieder für Ordnung zu sorgen. Crime Scene Cleaner vereint die Spiele Powerwatch Simulator, der generell bei Simulationsfans sehr beliebt war, und Viscera Cleanup. Erscheinen wird das Spiel am kommenden Mittwoch und es ist ein reines Singleplayer-Spiel mit deutschem Text und englischem Audio. Der Prolog bzw. die Demo, in der man die erste Mission bereits spielen konnte, kam bisher äußerst positiv an. Die Demo ist auch heute noch kostenlos auf Steam spielbar. Das Spiel erscheint für PC und ist auf Steam erhältlich. Dort haben wir auch wertvolle Steam Achievements und vollständigen Controller Support. Kommen wir zu meinem Platz 6. Operation Polygon Storm. Polygon Storm verspricht ein schnelles, militärische Strategie- und Tower Defense Spiel zu sein, in dem Mikro-Management keine große Rolle spielt. In Polygon Storm werden weder Basen gebaut, noch Ressourcen gesammelt. Wir konzentrieren uns lediglich auf den Kampf. Unsere Aufgabe besteht darin, eine strategisch sinnvolle Truppenzusammensetzung zu erreichen. Das lädt natürlich zum Experimentieren ein. Das Spiel erscheint am Montag, dem 12. August und ist auf PC, PS5, Xbox und der Nintendo Switch erhältlich. Es handelt sich um ein reines Singleplayer-Spiel mit deutschem Text. Und auf dem PC wird es auf Steam, Epic und GOG erhältlich sein. Auf Platz 5 hat es das Spiel Shapes 2 geschafft. Hier handelt es sich um ein mehr oder weniger typisches Fabrikspiel à la Factorio oder Satisfactory. Wir können gigantische Fabriken auf mehreren Ebenen bauen und nach Herzenslust optimieren. Das Spiel erscheint am kommenden Donnerstag auf Steam im Early Access. Es handelt sich um ein reines Singleplayer-Spiel mit deutschem Text und ist nur auf dem PC und auch hier nur auf Steam verfügbar. Aber immerhin sind Mac und Linux zusätzlich zu Windows auch supported. Interessant finde ich hier noch, dass das Spiel vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz unterstützt wird. Auf Platz 4, Desvelado. Ein Spiel mit richtig genialem, handgezeichnetem Artstyle. Desvelado ist ein 2D-Präzisions-Plattformer, bei dem wir als putziger Vampir schwierige Rätsel lösen und tödliche Feinde besiegen müssen, bevor wir in unserem bequemen Sarg schlafen können. Es handelt sich hierbei ebenfalls um ein reines Singleplayer-Spiel mit deutschem Text und vor allem Controller-Support. Desvelado wird am kommenden Mittwoch auf Steam erhältlich sein. Intra Venus 2 auf Platz 3. Intra Venus 2 ist ein Singleplayer-Spiel, das verspricht die ultimative Mischung aus taktischem Gameplay und fesselnder Erzählung zu sein. Hierbei bleibt es uns überlassen, ob wir leise vorgehen oder Feinde direkt konfrontieren. Das Spiel erscheint am kommenden Donnerstag für den PC und ist erhältlich auf Steam, Epic und GOG. Ansonsten haben wir bei dem Spiel ebenfalls deutschen Text und vollen Controller-Support sowie Steam-Errungenschaften. Solar Empire 2 hat es auf meinen persönlichen Platz 2 geschafft. Hierbei handelt es sich um ein 4x Echtzeit-Strategie-Spiel à la Stellaris, in dem wir erkunden, expandieren und ausbeuten können. Zur Umsetzung unserer Herrschaftsfantasien stehen uns militärische Gewalt, Diplomatie, Handel, Kultur, Einfluss sowie hinterhältige Taktiken zur Verfügung. Das Spiel ist im Singleplayer, Multiplayer und Koop-Modus spielbar. Solar Empire 2 unterstützt deutschen Text bei englischem Audio. Erscheinen wird das Spiel am kommenden Donnerstag für den PC und ist soweit ich weiß nur auf Steam erhältlich. Level Zero Extraction ist das Spiel das mich diese Woche am meisten interessiert. Bei Level Zero handelt es sich um einen taktischen Extraction-Shooter gepaart mit fesselndem Survival-Horror. Wir spielen entweder als rivalisierende Söldner, die um Beute kämpfen oder als außerirdisches Monster, welches die Menschen aus dem Schatten herausjagt. Es ist im Gegensatz zu den bisherigen Spielen ein reines Multiplayer-Spiel, das man alleine oder zusammen mit Freunden spielen kann. Das Spiel erscheint am kommenden Dienstag, dem 13. August 2024 auf PC im Early Access. Später soll das aber auch auf die PS5 und die Xbox kommen. Auch hier haben wir deutschen Text, mit englischem Audio sowie Steam-Errungenschaften. So, das waren alle Spiele. Ich hoffe euch hat das Video gefallen und ihr habt eventuell auch ein Spiel entdeckt, das ihr ganz interessant findet. Falls ja, schreibt das gerne in die Kommentare, ich bin da immer ganz besonders neugierig. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis nächsten Sonntag.